Hallo und herzlich willkommen zu News und Neues, dem News-Format hier auf unserem Kanal. Mit dabei ist natürlich Pascal. Hallo. Für die, die das Format nicht kennen, hier geht es um neue Sachen, die passieren, Veränderungen auf dem Kanal, allgemein so ein Ankündigungsvideo, einfach mal ein bisschen quatschen. Das, was im Hintergrund läuft, das könnt ihr auch minimieren, wenn ihr wollt. Es geht großenteils nur um den Ton. Wir hören weiter, was zu trinken, das ist auch sehr wichtig. Wir haben heute folgende Themen. Wir haben ein neues Intro, habt ihr ja gehört. Also wortwörtlich gehört, man hört jetzt nämlich was im Intro. Dazu spielt aber auch noch mehr. Wir haben ein neues Banner hier, da haben wir ein paar neue Bilder ausgewechselt. Kommen wir gleich mal. Dann haben wir auch neue Bauchbinden hier. Also diese Bauchbinden, das sind diese Dinger, die da so hochkommen und euch darin erinnern, dass man abonnieren kann, auf unseren Discord kommen kann. Abro Discord ist ein cooler Discord, schaut ihn euch an. Insider-Infos, Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem haben wir einen neuen Sendeplan. Der ist jetzt auch schon in Kraft getreten. Das heißt, nicht wundern, wenn sich irgendwas am Upload ein bisschen geändert hat. Ja, und dann quatschen wir vielleicht einfach noch so ein bisschen dazu. Ja, ich würde sagen, wir starten rein ins Intro, ne? Genau. Also, das alte Intro habt ihr ja schon gesehen. Nein, habt ihr nicht gesehen, sondern ihr habt das neue gesehen. Aber ich würde ganz kurz nochmal das alte hinzufügen. Ja. Das war, wie lange unser Intro? Dreivierteljahr? Dreiviertel, fast ein ganzes Jahr. Doch, dreivierteljahr. Aber es müsste letztes Jahr im März da mit der Kanalumstellung. Genau. Also, muss das in Kraft getreten sein. Ähm, und dazu haben wir halt jetzt im Vergleich das neue. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Nein, okay, das sollte eigentlich völlig klar gehen. Ähm, genau. Also, wir haben jetzt auch Ton. Ich denke mal nicht beim Starten des Videos, hä, ist mein Kopfhörer kaputt? Es ist aber so, weißt du, ich weiß das. Wenn ich eins von unseren Videos schaue, weil ich es cool finde, ich weiß das, dass das keinen Ton hat. Aber ich frage mich trotzdem, habe ich laut gestellt. Ja. Bin ich auch manchmal so. Also, von Anfang war ich so, hä? Achso, ja klar, lol, wir haben ja keinen Ton. Genau. Also, ich mache den Ton jetzt mal so leise, dass man den noch so ein bisschen im Hintergrund hört. Ähm. Genau. Aber, also, ja, zu den Veränderungen, sag ich jetzt was, Kai, was. Genau. Also, wenn ihr euch die beiden, du es mal vergleicht, kannst du mal kurz das alte nochmal reinmachen? Äh, yep. Die Technik funktioniert, das ist unglaublich. Ähm. Habt ihr ja gesehen, so, die kommen so nacheinander, so alle, Clip für Clip alle rein, und dann rollt da der Raptor drüber und so fort. Alles schön und gut. Und jetzt beim neuen Intro. Ich trinke gerade was. Erstmal toll überfordert. Beim neuen Intro. Ah, da kommt es ja schon. Läuft schon. Ja. So, da seht ihr, dass es von links nach rechts so in so eine relativ zackige Bewegung reingewischt kommt. Und wenn ihr genau darauf achtet, jetzt kommt, pass ich jetzt gleich nochmal, es passt auch perfekt auf diese, ähm, auf diese, ähm, Schlagzeugstelle, die am Anfang kommen, so dieses düpp, 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 düpp und dann. Also, das passt da perfekt auch drauf mit dem Bildeinblendung. Und ich finde, es wird auch ein bisschen dynamischer, frischer. Hat irgendwie, wenn das da von links nach rechts da so reingehuscht kommt, und dann halt eben weiter, der Raptor, der rollt. An sich ist immer noch das gleiche vom Design her, auch bei den 16 Bildern sofort. Einfach jetzt aber auch mal ein bisschen ausgetauscht, dass alle Bilder sind, äh, extra frisch, jetzt dafür aufgenommen worden, neu. Also, halt einfach ausgetauscht. Also, halt einfach ausgetauscht. Äh, die Clips, meine ich ja die Clips, Entschuldigung. Also, sowas wie LS90 ist jetzt eben nicht mehr drin, weil wir es nicht mehr haben. Oder für jetzt sowas wie, ähm, zwei Tramsim-Clips sind drin, dann, äh, TSW2 ist drin, äh, und sowas, also, ja, halt einfach mal ein paar frischere neue Clips, dann weiter in der Raptor, der da drin rollt, endlich auch mal Musik, die sogar relativ gut passt. Das war ja das größte Problem, Tobi, ne? Ja, ja. Als wir damals noch das erste Intro gemacht haben, wir wollten tatsächlich auch beim ersten Intro schon Musik reinmachen, erinnerst du dich noch? Aber wir haben einfach keine Ahnung gehabt, was da verdammt nochmal rein soll. Wir waren auch mehrfach, dass wir uns sozusagen angesetzt haben, und dann einer von uns beiden so meinte, du, wir brauchen eine Intro-Musik. Also, so, als mit diesem Stummfilm, das geht irgendwie nicht klar. Und jetzt haben wir das neue, waren wir so, okay, wir machen mal ein neues Intro, so ein bisschen offhübschen, und auch mal Clips austauschen, das lohnt sich gleich, alles im gleichen Atemzug, und dann müssen wir jetzt auch unbedingt Musik reinmachen. Das geht so nicht. Ja, zu den Projekten hast du ja schon was gesagt, dass die sich ein bisschen was abgeändert haben. Übrigens, Notruf wird irgendwann nochmal kommen. Wir hatten ja gesagt, wenn die Freiwillige Feuerwehr kommt, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Notruf, eine ordentliche zweite Staffel machen, das ist, was wir als zweite Staffel von Notruf 2 hatten, das war der zwei Folgen, also, ich glaube, so unser kürzes Projekt, was wir je hatten. Ja, Nervo, ja, okay, ja, doch. Zwei Folgen, sowas wie zum Beispiel, hier dieses Ding, so haben wir durch diesen Steinbruch da gefahren, so ein LKW, das war ja, das hat dann jetzt Projekt ausgezeichnet. Das hatten wir als einzelnes, alleinstehendes Video, da zum Beispiel, gekennzeichnet und sowas. Aber ja. Er hat ja sogar die News und Neues Reihe schon mehr Videos, das ist nämlich schon das vierte. Ja. Deswegen also, das Intro ist einfach ein bisschen hübscher, aufgehübscht, immer noch im gleichen Stil, das finde ich auch mittlerweile irgendwie wichtig, weil früher, ganz am Anfang von unserem Kanal, war das so, dass ich irgendwann dafür, dass ich so ein Kanal-Design, ähm, unzufrieden war, und einfach alles über den Tisch geworfen habe, und alles komplett neu gedacht habe. Und ich finde so, ein bisschen Beständigkeit auf dem Kanal ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man eben einfach nur so, nach und nach so Sachen, nicht komplett über den Haufen wirft und neu macht, sondern einfach nur leicht variiert. Das ist zum Beispiel, im Großen und Ganzen ist auch noch das gleiche Intro, sind die Clipset jetzt so andere, aber es ist immer noch der Raptor, der reinrollt, es ist immer noch die 8 Sekunden Länge, nur die werden jetzt auch anders eingeblendet, und wir haben ja eben noch eine Musik da drin, das heißt, es ist einfach ein bisschen offgepeppt, aber baut immer noch auf dem Gleichen auf, und ist jetzt nicht komplett neu gemacht, zum Beispiel. Ja. Also man merkt auch immer noch, es ist der gleiche Kanal. Ja. Also, das war auch immer noch diese, diese, ja, diese schon beides, was man auch in diesem Wiedererkennungsfeld eben hat, so dass man jetzt mal, keine Ahnung, heute auf den Kanal geht, und in drei Wochen wieder auf den Kanal geht, und plötzlich findet man ein ganz anderes Kanaldesign vor, dann fragst du dich auch, hä, was ist denn da passiert? Weißt du, was mir gerade so auffällt? Mir fällt andauernd, immer wenn ich dieses Intro angucke, dann ist mein Blick voll auf dieser Goldwaschspanne, ja, auf diesem alten Intro, ja, aber das da oben rechts, das zweite von rechts, dass da so ein Raumschiff explodiert. Es ist, 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 ich glaube, wir haben es auch 3 oder 4 mal aufgenommen, diese Explosion, bis wir mal eine gut, die mal gut drin hat, ne, und jetzt hat Tobi, da ist extra neu ein Raumschiff gecrashed. Das Problem ist, wenn du Selbstzerstörung aktivierst, dann musst du schnell genug raus, dich umdrehen und wegfliegen, so dass du diese Explosion so lange siehst und nicht direkt einfach stirbst. Das ist schwierig. Und ja noch gut im Kasten haben. Ja, wir schweifen ab. Richtig, aber soviel zu meinem Intro, endlich Ton, und es sieht einfach ein bisschen aufgepeppter aus. Genau, dass hier im Hintergrund ist. So, und dann das Zweite, du hast die Gliederung in der Hand, nicht ich. Ähm, hast du nicht auch, die Bildschirme hier, das Banner. Ähm, genau. Was haben wir da geändert? Gleiches Prinzip wie beim Intro, an sich ist immer noch das gleiche Banner. Hast du das Banner irgendwo liegen, dass ich das einblenden kann? Äh, ich glaube ich habe es bei mir lokal liegen, aber ich glaube ich glaube ich es auch in die Cloud geladen habe. Meine Güte, ist das schlecht. Ich glaube ich habe es nicht in die Cloud geladen. Nee. Ich tue es im Schnitt für euch einblenden im Nachhinein. Ihr werdet es gerade sehen. Das kann ich auch noch machen. Ähm, ja, aber ihr seht das, ein Banner. Übrigens oben und unten, da ist so ein Bild, tatsächlich ja jeweils, oben von Stars ist es unten für den TSB 2, das sieht man auf YouTube gar nicht, aber YouTube will da ja, dass man das Banner in einem 16 zu 9 Format hochlädt, auch wenn man nur diesen mittleren Streifen nur sieht. Es sind auch da einfach oben und unten so ein Bild dran geklatscht von Stars und TSB 2. Und theoretisch, theoretisch, wenn ihr einen riesigen Bildschirm habt, theoretisch sollte das dann damit angezeigt werden. Oder ein 16K Fernseher oder so, ne Mist. Es wird aber nicht angezeigt, das ist ganz cool. Dann kann das unter Umständen mit angezeigt werden oder irgendwie so. Weil wenn ihr das im Kino anzeigen lasst, also wenn ihr unsere YouTube-Seite im Kino anzeigen lasst, dann seht ihr die Bilder vielleicht. Wer kennt's nicht? Wer schaut nicht, Tobi, ihr habt doch im Kino. Ey, komm, das wäre aber auch schon Premium. Also, sorry. Aber wenn du da bist, dass deine Videos im Kino laufen, oder du produzierst sowas wie Kartoffelsalat, dann kriegst du natürlich auch hin. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Oh, ich denke, genau, das neue Banner. Immer noch in sich das Gleiche, nur haben wir eben drei Bilder rausgeschmissen und gegen neue ausgetauscht. Also, das Bergband ist wieder raus. Dann, ich muss gerade überlegen, weil ich hab's gerade gar nicht vor Augen. Such's raus. Dann, wir haben ein neues Tramsim-Bild drin. Moment, Maus, Arbeiter. Meine Maus will gerade nicht. ich hab's auch hier steht, genau, wir haben, von links nach rechts ist es Mudrunner, TSW 2, Notruf, Star Citizen und Tramsim-Bild. Warte mal, dazwischen fehlt noch eins. Was haben wir denn da reingetan? Die Liste in offenen Notizen ist gar nicht richtig. Ihr merkt schon, wir sind vorbereitet. Ja, das ist ja auch ein Format, wo man einfach ein bisschen entschnacken kann und wo einfach ein bisschen chill out, nicht ganz so ernst. ich hab's gleich vor mir. Da, jetzt hab ich's vor mir. Also, dann haben wir dieses Mudrunner-Bild, das ist jetzt neu. Dann, das TSW 2-Bild, das ist noch das alte. Dann das Notruf-Bild, das ist auch noch das alte. Dann haben wir von Satisfactory ein Bild. Meine ich. Dieser Tour-Milien-Schick-Cardis. der Weltraum-Lift, der ist von Satisfactory. Genau, den haben wir jetzt rein als neues Bild. Dann von Star Citizen ist es gleich geblieben und noch ein neues Bild von Tramsim. Das alte war ja von Tramsim Wien ein Bild, das ist jetzt von Tramsim München ein Bild. Ja, einfach mal so ein paar Bilder ausgetauscht und vor allem die Beschriftung in der Mitte. Aktuell, ich sieht, weil da stand bis vor kurzem noch immer da, dass auch irgendwie Montagshof Bergmann kommt oder so ein Mist. Was zwar schon seit ein paar Wochen, Monaten nicht mehr hinhaut, aber ist uns nie aufgefallen tatsächlich. Deswegen, mir ist es jetzt vor ein paar Tagen aufgefallen, deswegen habe ich es direkt mal abgeändert mit. Jetzt in dem neuen Banner. Deswegen, sieht es auch noch genauso aus, nur halt eben mit anderen Bildern. Ja, das ist ja auch, ich finde es auch schönes Design. Also da, da haben wir uns ja ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, gehen wir weiter. Die Bauchbinden. Die sind jetzt nicht mehr so hell, grell, irgendwie aussehend. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Die waren ja weiß, tatsächlich. Man muss dazu aber auch sagen, tatsächlich, die Bauchbinden waren das auf unserem Kanal, was am beständigsten, am längsten Bestand hat. Also, die Bauchbinden, die wir davor verändert hatten, die waren jetzt relativ genau ein Jahr. Also, die waren noch von vor der Kanalreform. Da sind wir noch ganz anders Kanaldesign, das hat sich jetzt ja alles geändert. Dann im März letzten Jahr, so unsere große Kanalreform. Eine unserer großen Kanalreform. Das war aber die größte, die wir hatten. Würde ich sagen. Das war so die alte Bauchbinde. Du hast mir übrigens immer noch die neuen geschickt. Das sind immer noch die alten im Schnittordner. Ich habe die noch nicht die neuen geschickt. Nein. Deswegen ist natürlich da. Ich habe die auf Discord geschickt. Ich habe die auf Discord geschickt. Mein Gott, ich lade die hoch. Okay, ja. Die Cloud habe ich noch nicht hochgeladen. Tut mir leid, Tobi. Das Gelbe ist übrigens zum Rausschneiden. Das ist dann einfach entfernt und da wird das Video dann eingeblendet. Das funktioniert einfach wie so ein Greenscreen, wo es eben den Yellowscreen, die im Fall ist, den wir dann eben im Schnittprogramm rausretuschieren halt eben. Ja, einfach per Klick. Das klappt relativ schnell bei der Winchi, deswegen. Was Kyle, ich habe es mir gerade gehört hat, das war mein Wecker für den Stream. Wir müssen auch gleich mal gucken, dass wir, wir sind nämlich gleich noch live, wir sind nämlich Freitag hier, 16.30 Uhr. Wir nehmen es gerade Freitag auf und nach einer halben Stunde soll das Stream starten, deswegen. Genau. Ich gucke mal ganz kurz. Sie müssen uns beeilen mit dem Video. Nee, aber das war die alten Bauchbinden und die waren halt so weiß und teilweise auch, ich fand sie so ein bisschen lahm, so ein bisschen lahm irgendwie mittlerweile, weil ich habe mich irgendwie an den Satz gesehen und dieses Weiß passt halt so geil auf unseren Kanal, weil wir war unsere Idee so, wir machen so eine Gestaltung aus so grün, schwarz und weiß. Mittlerweile ist es aber eher so, dass wir so einen Grau und Weiß haben jetzt als Kanaldesign und jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen grüne Akzente halt eben für den Raptor setzen und guckt euch mal die neuen Dinge an. Also das ist ein Unterschied von Tag zu Nacht, muss ich sagen. Aber wirklich, weil es einfach hell zu dunkel ist. Und übrigens, den Grauton, den wir verwenden, das ist auch zufälligerweise tatsächlich sogar der eins und der gleiche Grauton, den auch YouTube verwendet in seinem Dark Mode. Das war nicht absichtlich, das ist mir dann aufgefallen, dass ich das Banner immer hochgeladen hatte. Das ist mir dann aufgefallen, na huch, das ist ja der gleiche Grauton. Ja, verwendet haben. Aber guck euch jetzt Bauchbinden, also die sehen so viel besser, dynamischer aus. Ich weiß nicht, bei der Like-Bauchbinde, wenn du die nochmal einblendest vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob die parat hast gerade. Ach nee, das ist nicht die Like-Bauchbinde. Nee, ich hab jetzt einfach kurz einfach von Discord genommen. Ja, die Like-Bauchbinde, die werde ich die Tage nochmal neu machen, weil da, wenn man genau hinschaut, der Like-Button, der ist ein bisschen verpixelt. Den muss ich nochmal hochauflösender aufnehmen, den Like-Button. Äh, ja. Deswegen, aber das ist so eine Kleinigkeit, das, hätte ich das jetzt nicht gesagt, wäre wahrscheinlich kaum jemandem aufgefallen, dass es so ein bisschen verbuggt ist. Also, nicht verbuggt, sondern verpixelt ist. Genau, wenn du da hinschaust, das ist so ein bisschen verpixelt, das Ganze, der Like-Button. Gucken wir mal ein großer. Jetzt sucht du aber extra rein, dass es aber extra verpixelt ist. Ja, jetzt sieht man es aber für deutlich, also. Ja. Das Ding ist, ich kriege dieses Fenster jetzt wieder ordentlich. Jetzt muss ich erst mal in OBS das Fenster wieder rumzerren, dass es klappt. So. So, jetzt. Ähm, ja, also die sind einfach ein bisschen hübscher, frischer, aufgepeppter, so ein bisschen, wirkt ein bisschen dynamischer und passt einfach besser zum Kanaldesign. Deswegen, weil die Alten, die waren auch schon scheiß alt, also, ja. Haben wir mal was Neues. Genau. Und zum letzten Punkt, den Sendeplan. Hm. Das ist ja schwierig. Ähm, Montag. Du kannst die Vorbereitung. Montag. Fangen wir mal an, warum Neuer Sendeplan? Warum wollte Pascal schon wieder einen neuen Sendeplan machen? Gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ganz einfach, ähm, ich, an sich hatten, haben wir ja zwei Videos, die immer kommen. Das will, also, die jede Woche halt eben beständig kommen. Das sind halt eben, ähm, TSB2 aktuell und MudRunner. Zumindest, die kommen Samstag und Donnerstag, also nur einen Tag dazwischen frei und an dem Tag kommt auch noch unser Livestream. Das heißt, eigentlich so, alles, was aktiv von so einem Kanal kommt, ist auf die Tage Donnerstag, Freitag, Samstag zentriert. Genau, theoretisch würde dann halt ja. Zusammenschnitt von einem Livestream oder so, aber das, es war halt eben so ein bisschen zentriert, weil früher kam nicht Montag immer noch auf Bergmann, dahin noch so ein bisschen Ausgleich, aber es hat ja nicht mehr optimal gewesen. Da wir eine ganze Zeit halt noch kein, äh, unregelmäßiges Projekt, äh, gemacht haben, sozusagen halt, was ein bisschen weniger gecuttet ist, also bei sowas wie Factorio, Satisfactory, äh, Notruf, et cetera, das ist halt, äh, beziehungsweise Notruf, Multiplayer, ähm, das hat, hat halt, haben wir halt lange nicht gemacht und letztendlich war da halt immer so eine große Lücke in der Woche und das war halt nicht so das Optimale. Deshalb haben wir jetzt ein bisschen was gewechselt, ähm, und zwar mit dem Wichtigsten an, soll ich sagen, mit den Projekten, die immer kommen, Tobi, machen wir mal ein bisschen durcheinander den Plan. Das wollte ich doch sagen, und zwar haben wir, ähm, TSW 2 ist auf dem gleichen Platz geblieben, das heißt auf den Samstag, allerdings haben wir halt mit, äh, Mittwoch, beziehungsweise Mudrunner auf dem Mittwoch vorgeschoben, ähm, sodass halt ein bisschen etwas größere Lücke ist, der Livestream bleibt, 17 Uhr Freitag, ähm. Das ist einfach der beste Zeitpunkt für den Livestream für uns, weil Freitag, da ist die Schule vorbei, da sind wir kurz vor Wochenende, da können wir auch ein bisschen entspannt machen, deswegen ist Freitag ein relativ guter Tag, um das zu machen, das wollen wir nicht verschieben. Genau, und der Livestream-Zusammenschnitt, der kommt dann nicht mehr Montag, sondern Sonntag, also Tag eher, und dafür kommen dann Montag und Dienstag die beiden wechselnden Projekte, ähm, also, die beiden wechselnden Projekte, also, unregelmäßig. Also, Montag kommt immer, also, das ist unser Ziel, dass wir Montag immer irgendein, äh, von diesen unbeständigen Projekten, also, dass da, also Montag kommt immer ein Video, aber immer irgendeins von irgendeinem, äh, unregelmäßigen Projekt. Also, dass wir dieses unregelmäßigen, unregelmäßigen Projekte, dass da immer was kommt, aber halt ihr nie wisst, was halt eben kommt, sondern dass ihr nur wisst, dass da was kommt, und sollten wir auch immer mal zu viel Zeit haben, zu viel produzieren, dann kommt immer noch ein zweites Video, immer dienstags noch. Genau, also sozusagen erst und zweite Priorität. Ansonsten ist Donnerstag noch Zusatz, News und Neues, Ankündigungen, bla bla bla, sowas. Also zukünftige News und Neues Videos, die werden wir immer Donnerstag bringen, das wir heute Sonntag bringen, einfach aus dem Grund, weil, ja, diese Woche ist irgendwie so ein bisschen Mischmasch von Altersendeplan, Neuesendeplan, und das jetzt auf Sonntag zu legen, das passt jetzt gerade irgendwie deswegen, aber zukünftig werden so Zusatzvideos, Einschübe immer Donnerstags kommen. Irgendwie habe ich jetzt total Bock auf den Notruf, weil ich die ganze Zeit dieses Bild hier sehe, das, was im Hintergrund läuft. Ja, das war ein Notruf-Multiplayer, ne? Wie ist es die Tür gerade aufgegangen? Lol. Egal. Weil ich zu nah rangegangen bin wahrscheinlich. Ja, das war genau, das war der Multiplayer, der Einkaufs-, der jetzt im Wohnmarkt brannt, wo die Kasse gebrannt hat, den guten Kaugummis. Echt mal, nicht mal in die Hocke gegangen. Ja, total die Profis. Die ist doch nicht heiß da drin, da musst du doch nicht auf den Boden runtergehen. Heißenluft steigt der bekanntlicherweise da oben. Oh, PA, abgesetzt, die aufgesetzt. Achso, was man vielleicht noch sagen könnte, ich war jetzt mal ganz kurz irgendwie eine Weile krank, das ist mittlerweile alles wieder gut, also mir geht es wieder super. Hatten wir in den Maturiner Folgen ja auch schon gesagt, da ist ja einer ausgefallen. Das war nur das eine Video von Maturiner, was dann ausgefallen ist, weil, ihr müsst wissen, wir nehmen immer, Montags Maturiner auf, damit es dann früher Donnerstag, jetzt Mittwoch halt eben kommt, also Montag aufnehmen, Dienstag schneiden, Mittwoch kommt es raus und bei TSE 12 so Donnerstag aufnehmen, Freitag schneiden, Samstag kommt es raus halt eben. Oder wie bei Factorio, Donnerstag aufnehmen, Montagabend schneiden, nächste Woche vergessen, ups, wieder Montagabend schneiden, ach Mist, ich muss das ja noch machen. Das ist immer so ein Unterschied zwischen den Projekten, die ich schneide, den Projekten, wie Tobi schneidet, wie unterschiedlich konsequent wir da sind, ne? Nein, Tobi macht das auch immer ganz schön, ich vergesse auch manchmal ein bisschen was, aber, ja, ist ja unregelmäßig, äh, deswegen, genau, aber deswegen, und Tobi ging es ja dem Montag nicht gut, deswegen, Gott war, nee, Dienstag ging es nicht gut, am Montag hat man vergessen, aufzunehmen, am Dienstag ging es dir dann nicht gut, deswegen muss dann Mittwoch ausfallen, die Folge. Na gut, wir verabschieden uns, einen wunderschönen Tag noch und tschüss. Tschüss. cap Glock dass es ist Beruf ist das .